Guten Morgen, liebe Pipsen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Guten Morgen, ach, bin ich ja auch jetzt im Fernsehen. Guten Morgen, liebe Kinder. Wisst ihr, ich finde das ja immer ganz schön unfair, dass der Paule immer alleine nur diese ganzen tollen Bücher vorstellen darf. Die Jule will auch mal mitmachen. Das muss sich doch mal der Omi Katrin pissen, dass der Paule immer so vorlaut ist. Der stellt dann immer schon seinen Spitzek hier hin. Ja, den Saurier zum Beispiel. Ja, und die Jule, die würde auch mal so ein schönes Buch hier vorstellen wollen. Hier mit dem kleinen Drachen. Ja, ich werde mal Omi Katrin sagen, dass sie Jule, Jule, auch mal mitmachen will. So, Omi Katrin, weißt du, ich finde das ganz schön unfair, Omi Katrin. Jule ist ne Pätze, Jule ist ne Pätze. Ich grüße euch da draußen. Ja, wisst ihr was, Paule hat mitbekommen, wie Jule in die Küche kommt und dann plappert die da gleich los. Omi Katrin, immer darf der Paule hier nur die Bücher vorstellen. Ah, das ist doch alles gar nicht wahr. Die müsste sich nur mal ein bisschen Mühe geben. Ja, Kinder. Ja, Paule war ja schon fleißig. Der hat ja hier schon zu dem Buch wieder sein Drachensaurier hingestellt. Ja, so macht man das. Da muss man eben mal ein bisschen zeitiger aufstehen. Die Jule, ehe die so mal aus dem Bett kommt, ja, dann müssen erst die Haare gewaschen werden und Zöpfchen geflochten und so ein Quatsch. Nein, das macht Paule nicht. Der ist dann gleich voll fleißig. Und schaut mal, Kinder. Hier ist wieder das Buch mit dem kleinen Drachen. Ja, der leise Fuß. Das interessiert doch außerdem die Mädchen gar nicht. Oder, Kinder? Na ja. Okay, ich gehe mal gucken, wo Omi Katrin ist. Vielleicht liest sie ja jetzt gleich weiter, wenn sie fertig ist in der Küche. Tschüssi, Kinder. Omi Katrin, kannst du mal weiterlesen? Bitte, 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 bitte. Hallo, liebe Kinder. Hier ist wieder Omi Katrin. Ich lese heute eine kleine Geschichte vor und wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Liebe Kinder, heute geht es weiter mit der feinen Geschichte dem Drachen Leisefuß. Hier der kleine Drachen. Und da sich Jule und Paule in der Küche so doll gestritten haben, wer hier mitmachen darf bei der Lesung, durften sie erst mal beide nicht. Aber ich habe ihnen versprochen, dass Paulus, kleiner Saurier, mit dem er immer spielt, als wäre es auch ein Drachen, der darf natürlich hier mitsitzen. Dann lesen wir mal weiter. Am nächsten Morgen wartet Leisefuß lieber, bis sein Vater verschwunden ist, bevor er aufsteht. Meistens ruft ihn der große Drache früh aus dem Bett und schnaubt. Bis die Drachenschule fertig gebaut ist, tust du zumindest so, als wärst du ein pflichtbewusster Junge. Ein ordentlicher Drache schläft nicht bis in den Vormittag. Manchmal schlappern seine Nüstern dabei, aber eigentlich meint es der Papa gar nicht böse. Heute hat er das mit dem Ermahnen sowieso vergessen, weil der Drachenrat eine wichtige Sitzung hat. Das ist ein Glück für den kleinen Leisefuß, denn er ist so aufgeregt. Ob Brüllwalder auch kommen wird? Nach dem Frühstück will er der Mama noch beim Abräumen helfen. Sonst muss sie das nämlich alles alleine machen. Aber dann gibt ihm seine Mutter einen Klaps und sagt, nun los, man lässt kleine Drachenmädchen doch nicht warten. Das muss man Leisefuß nicht zweimal sagen. Sofort saust er aus der Höhle zum Strand. Komm, du darfst dich hier hinsetzen. Wir lesen weiter. Unten am Wasser trifft er auf Zwicky, die beleidigt auf einem Steinsitz. Schnell stoppt der kleine Drache seinen Anlauf. Aus dem Stand kann er leider nicht fliegen. Dafür muss er schnell rennen und mit den Flügeln schlagen oder sich von einem Berg fallen lassen. Die Krabbe zeigt mit einer Schere auf ihn und kichert. Lachst du mich aus? Machen Freunde sowas? fragt Leisefuß. Ach, wir sind Freunde? Dann hast du wohl vergessen, dass wir sonst immer zusammen baden. Wenigstens jeden zweiten Tag, antwortet Zwicky. Jetzt hat Leisefuß ein schlechtes Gewissen. Pulwalder liegt auf dem Berg und wartet auf den kleinen Drachenjungen. Er ist zwar nicht bunt, sondern grün, aber sie mag seine lustigen Knopfaugen. Die leuchten und sind so freundlich. Aber nun wartet sie schon ziemlich lange auf ihn. Das ärgert sie ein bisschen. Aber was, wenn ihm was passiert ist? Jetzt macht sie sich Sorgen. Der Ärger ist schnell verflogen. Das Drachenmädchen ist unruhig geworden. Schließlich fliegt er nicht sehr gut. Vielleicht sollte sie ihn suchen. Manchmal sind Dinge ganz anders, als man sie sich selbst vorstellt. Oder kurz entschlossen macht sie sich auf den Weg, um Leisefuß zu finden. Gummikathrin, kann ich kurz stören? Bitte, bitte, bitte. Ja, du hast ja schon bereits gestört. Ich möchte ja gerne hier meinen kleinen saurigen Drachen mitnehmen. Ja, dann können wir doch von Weitem zuhören. Ist das nicht besser, du lässt ihn stehen? Dann kann er zuschauen. Meint ihr, Kinder? Na gut, na hier, komm. Du musst dich dann aber hier schön brav hinsetzen. Gut, Pauli ist schon wieder weg. Tschüssi, 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 tschüssi. Ach, unser Pauli, muss doch immer wieder dazwischen schnattern. Lesen wir weiter. Da ist er. Es ist ihm also nichts passiert. Kein Absturz, keine Krankheit. Er sitzt dort mit einer Krabbe auf einem Stein und lässt sich in den Rücken zwicken. Was soll das? Was macht der da? Jetzt sieht leise Fuß sie auch. Mit großen Augen schaut er in den Himmel hinauf. Sein Kopf folgt ihren Kreisen. Er sieht aus wie ein Drache mit Schwindel. Die Krabbe hat sie nun auch entdeckt und plumpst vor Schreck von leise Fuß Rücken ins Meer. Eilig watschelt der kleine Drache die wenigen Schritte vom Stein an den Strand, um Brüllwalder etwas zuzurufen. Hey, was ist mit mir? Kreischt Zwicky hinter ihm los, den Kopf aus dem Wasser steckend. Schrei doch nicht zu! Wenn dich jemand hört, schnauft leise Fuß mühsam. Endlich hat er seine kurzen Beinchen aus dem Wasser gebracht. Er muss kurz Luft holen, damit er... Oh nein! Wo ist Brüllwalder? Enttäuscht schaut der kleine Drache in den Himmel. Sie ist weg! Leise Fuß muss ihr hinterher. Ja, bestimmt ist sie sauer auf ihn. Sie hat ihm Hilfe angeboten und ist extra zum Felsen gekommen. Warum musste er aber auch wieder so gutmütig sein? Am liebsten möchte der kleine Drache es allen recht machen. Aber er war ja mit Brüllwalder verabredet, nicht mit Zwicky. Die ist nun wenigstens still. Eilig richtet sich der kleine Drache auf, atmet tief ein und rennt los, um Anlauf zu nehmen. Er breitet seine Flügel weit aus und hebt sie so schnell ab, wie noch nie in seinem ganzen Leben. Ob sie zum Felsen geflogen ist, fragt sich leise Fuß. Ein bisschen Bammel hat er ja schon bei dem Tempo. Das Meer unter ihm zieht in einer Geschwindigkeit vorbei, dass selbst eine Möwe aufschreckt, das Weite sucht. Wie ein grüner Pfeil schießt er nur so durch die Wolken, die heute sehr weit unten am Himmel hängen. Du kannst dich wieder hier hinsetzen, du fällst gar nicht auf. Du bist genauso grün wie die Bäume. Und weiter geht's. Jetzt kann der kleine Drache den Felsen schon sehen. Aber Brüllwalder ist nicht dort. Verzweifelt sucht er die Umgebung mit seinen Augen ab, während er flügelschlagend auf der Stelle zu bleiben versucht. Wenn er nicht bald eine Pause macht, geht ihm die Energie aus. Dann bleibt gar keine Kraft mehr, um weiterzusuchen. Er muss zum Felsen und sich ein bisschen ausruhen. Schnaubend steuert er sein Ziel an und landet. Leise Fuß überlegt angestrengt, ob er es wohl schaffen kann, hinter die Berge zu fliegen, wo Brüllwalders Oma lebt? Niemals ist er so weit geflogen, schon gar nicht hinter die Berge. Sein Vater Trampelbahn sagt immer, da wohnen nur Drachen, die sonst keiner will. Aber das kann sich der kleine Drache gar nicht vorstellen. Weshalb sollte denn keiner Brüllwalders Oma haben wollen? Er muss es einfach versuchen. Er will sich bei dem Drachenmädchen entschuldigen. Es war doch so nett zu ihm. Sogar beim Fliegen lernen wollte es helfen. Mutig bläht Leise Fuß die Nüstern, steht auf und lässt sich fallen. Er wird zu Brüllwalder fliegen. Als die Berge langsam näher kommen, begegnet Leise Fuß einer Gans. Hallo, keucht er. Kannst du mir vielleicht sagen, wo genau Titanella liegt? Die Gans verlangsamt ihren Flug und schaut den kleinen Drachen erschrocken an. Was willst du dort? Junge, besser du kehrst um und fliegst nach Hause, warnt sie. Leise Fuß, dem schon die Flügel wehtun, bekommt es ein bisschen mit der Angst zu tun. Was meint die Gans damit? Was stimmt nicht mit Titanella? Doch bevor er die Gans das fragen kann, ist sie auch schon weitergezogen. Fast, fast habe ich es geschafft, spricht Leise Fuß sich selbst Mut zu. Noch ein kleines Stück, dann bin ich schon auf den Bergen. Er denkt an Brüllwalder und ihre rosa Zacken. Das gibt ihm Kraft. Seine Mutter sagt immer, dass ein großes Herz auch so weit reicht, viel weiter als das Auge. Leise Fuß spannt seinen Bauch an, zieht seine Füße ein, streckt seine Halsmuskeln und hält mit einem letzten Tobe auf den Berg zu. Jetzt ist er in den Nebel eingedrungen, der die Gipfel vor Titanella umgibt. Zisch macht es, als der kleine Drache im Singflug die Fersen zu seinen Bremsen macht und den Boden durchflügt. Aua, das brennt aber. Schaut mal. Liebe Kinder, heute gibt es noch eine Seite, die ich lese. Du darfst dich hier hinsetzen, bis es das nächste Mal weitergeht. Er schöpft sitzt Leise Fuß auf seinem schmerzenden Drachenpopo und sieht sich um. Düster ist es hier. Ein bisschen mulmig ist ihm ja schon, aber wenn ein kleines Mädchen über diese Berge kommen kann, dann darf er doch kein Angsthase sein. Schließlich ist er gar kein Hase. Er ist ein Drache. Trotzdem kann ein bisschen Vorsicht nicht schaden. Deshalb krabbelt Leise Fuß lieber hinüber zu den Klippen auf der anderen Seite. Besser, er sieht mal nach, was es dort geben mag, wovor ihn alle gewarnt haben. Ganz langsam hebt er den Kopf hinter einem Grasbüschel hervor, das ihm Deckung gibt. Zunächst sieht Leise Fuß nur lilafarbene Flecken. Titanella ist lila? Ach, das ist doch aber schön und nicht gruselig, denkt er. Aber nein, jetzt bewegen sich die Flecken. Zitternd hin und her, erschrocken, fuchtelt der kleine Drache vor seinen Augen herum. Da erkennt er erst, dass er einen Schmetterling auf der Nase hatte. Hey, pass doch auf, du Tollpatsch. Erst steckst du deine dicke Nase in mein Grasbüschel und dann willst du mich auch noch erschlagen, piepst das harte Geschöpf. Entschuldigung, das wollte ich nicht, antwortet Leise Fuß. Kannst du mir vielleicht sagen, wo ich Titanella finde? fragt er den kleinen Flattermann. Na, liebe Kinder, dann schauen wir doch mal das nächste Mal, wie es mit dem kleinen Drachen weitergeht. Bis dahin sage ich Tschüssi.